Wer braucht schon diesen Müll? Halt! Haben Sie Adipositas, aber wollen unbedingt Ihre Traumfigur erreichen? Ja. Sind Sie deshalb ständig auf der Couch, sehen Fernsehen und fressen sich mit Fastfood-Feuer, um Ihre Einsamkeit zu füllen? Ja. Finden Sie sich in diesem traurigen Bild wieder? Ja. Moment mal. Was? Was ist hier los? Wow, das wird mir zu viel. Wenn Sie sich wundern, warum Sie mich nicht sehen, ich befinde mich vor einer Kamera, die auf Ihr Bild projiziert wird. Aber der da ist echt. Achtung! Darf ich vorstellen? Ihr Fitness-Coach. Los, bewegt deinen fetten Arsch! Aber ich hab doch noch gar nicht zuge... Und eins und zwei und eins und zwei. Los, schneller! Bestellen Sie jetzt! Der Couch kostete nicht 100, nicht 90, nicht 80, nein! Nein, sondern unglaublich unvergesslich günstige 79,95! Am Tag. Plus Versand. Und jetzt brandneu! Mit integrierter Bildungsunterstützung. Oder kurz, heb deinen Arsch aus dem Sofa und mach Sport, während du etwas lernst. Hilfe! Los! Los! Wie viel ist 6 mal 7? 42! Richtig! Tun Sie was für Ihre Gesundheit. Rufen Sie jetzt an. Okay, jetzt das nächste Haus.